Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in meiner Filmrolle in Scum. Ich habe hier schon mal ein bisschen was zusammengepackt aus dem Truck. Die kann ich auch noch mal vertickern. Ich glaube das macht Sinn. Die Schaufel behalte ich aber erst mal noch. Aber wir werden erst mal ein bisschen was vertickern. Hier ist noch ein Bier das sich verkaufen lässt. Die Soda behalte ich. Wir haben überlegen, ob ich den auch noch verkaufe. Komm, wir mal gucken hier. Ein paar Dinger verkaufen hier. Ja auf jeden Fall. Ich habe ja beim letzten mal das falsche gekauft. Vollhorst. Jetzt guck mal was ich dafür ausgeben müsste für das richtige Reparaturset. Dazu müssen wir erst mal den scheiß den blöden Shop hier finden. den Mechanic. Da. So ist er ja. Hier. Hier. Cari Packet. 1500. Wow. So. Genau. Was kann ich hier für irgendwo was verkaufen? Ne ne. So. Warte mal. Äh. Hallo. Da. Ähm. Ähm. Werkzeuge war ja nur das. Ne. Sonstiges. Handwerkliche Materialien. Gut ne. Äh. Hier haben wir erstmal nur das. Und mach mal deinen blöden Kampfmodus da aus. Äh. Hier ist der Armory. Ja. Hier will ich das Gewehr verkaufen. Ist schon recht. So. Verkaufen. Ähm. Achso. Oh. Äh. Muss ich das erstmal hier so ablegen, wa? So. Und dann nochmal versuchen. Guns. Come on loaded. Acuity reasons. Obviously. 497 nur. Na ja. Und die ne. 32. Die kannst du auch mal verkaufen. Kannst du irgendwas hier bei dem? Nö. Nö. Dann verkaufen. schon mal ein drittel mann ich glaube nicht dass wir das hier zusammen bekommen ok ok da war gekriegt ja versuche ich also nicht so meckernic generell müsste hier irgendwo gewesen sein hier und war denn der channel ist doch noch hier ist und schilder allgemeine güter doch da dachte ich so verkaufen dass das das die 403 gute sache dass den kill die motorradjacke die zange die zange und hier den stift und das bier ja also baseball kappe ja verkaufen die auch ist egal nina bier bier ein wenig los die skalmaske 403 alter die müssen wir sammeln die masken die geben richtig gutes geld ok ja 1587 ok baby geld haben wir so da muss ich noch mal gucken wo die kneipe ist aber auch noch den wein und so saloon fishing hospital ok das war wahrscheinlich der laden hier so hallo hallo halböchen 99 jahr und dennoch dabei verkaufen das habe ich mal in einem video gesehen dass das gute essen das gibt es bei dem waffenhändler ja da gehen wir nachher auch noch hin aber jetzt gehen wir erstmal zum mechaniker und kaufen das richtige set ja ich weiß wir müssen die besser suchen und weniger unfälle bauen so kollege da das war das hier reifen reparatur set das kann ich mehr selber bauen wird hier ein warenkorb kaufen dann im depot und hierüber dankeschön dankeschön sondern wollte ich noch mal im ganz der hat wohl die besten essen sachen wenn ich das richtig in erinnerung habe so essen ihre nämlich diese m hau wa was 400 will er dafür haben ein jai als teuer da müssen wir noch ein bisschen sammeln ja das war teuer der noch gutes zu essen für uns hat irgendwas wo wir lange vernähren können von sehren können weil wir brauchen mal was gescheites verarbeitete lebensmittel ravioli 400 nee das ist das cracker so viel kann man sich leisten ist das alles teuer ist ja vorziehen essig spagetti mit fleischbällen 500 weißes mix also mehr gewürze frisches essen obst hier so eine wassermelone wassermelone was nehmen wir denn noch eine schöne 40 zurück und noch einen schönen apfel oder so hier ist doch noch mal ein apfel hier noch mal so ein warenkorb kaufen gut das zwei hier sechs muss das geld hier raus ok da muss der hier rüber das ist jetzt hier ja warte den körper in der hand nehmen und hier ist irgendwann am spinnen so geld hier darüber ist der groß aber das gut das ist wirklich wirklich gut so so jetzt kriegt er mal ordentlich essen gleich am auto und dann fahren wir mal weiter jetzt gleich wo es hingehen so laufen mussten hier lang hier sind wir reingekommen genau was ist das hier wo man was soll das werden ist noch im aufbau ok hier ist die bank die sommer im aufbau ja dann wird noch ein bisschen was kommen keine sache das die autos kann man die luken ach ja und rechts verband ach ja so jetzt haben wir erst mal das ding so lasset ihr schmecken mein freund dann noch apfel und vier sich und dann geht es immer erst mal wieder ein bisschen besser oder habe ich ja auch noch den kürbis so so wie viel haben wir noch neun von zehn essen essen das kürbis das kürbis hier noch dazu so ja junge da hast du mal ordentlich was zu futtern gehabt ne sehr schön sehr schön ja guck mal stoffwechsel aha hier na hat aber zu tun erstmal ne pinkeln müsste ich gleich mal reparieren so gucken wir mal einsteigen ja falsche seite aber mac nix so boah tun wir nicht mal halb ey wir haben echt alles weg hat er jetzt nur einen davon oder hat er echt alle 20 einheiten verrotzt tatsächlich ey für nix alter verwalter kann ich ja mit nadeln und faden reparieren tatsächlich also diese masken die werden wir auf jeden fall jetzt sammeln erst mal gucken wir sind jetzt hier ich glaube wir gucken uns hier jetzt mal um haben wir ja letztes mal auch gesagt ne gucken uns hier das städtchen an jo oder fahren wir ne wir fahren jetzt hier hin und in der nächsten runde fahren wir nach dahin ich schneide euch da mal raus auf dem weg nach dahin da brauchen wir ja nicht zusammen machen oder es sei denn es passiert was ja dann fahre ich hier jetzt hin bauen wir aber vorher mit euch zusammen nochmal so einen schnucken liegen schnuckeligen kompass was brauchen wir dann dafür noch beteiltschrott habe ich brett und hier geht auch dieser dieser hirne ok das war zum nächsten baum fahren so ich hoffe ich habe hier jetzt die sichtweite nochmal auf 90 eingestellt ich hoffe das reicht so für euch also erst mal hier raus so jetzt kann ich doch hier mal eben einen baum fällen ne äh ey komm her komm her komm her Kumpel komm her 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 nächster sehe ich beide karten gucken spielereien hier eben hier so ein baum fällen dafür bei erst mal die axt so war nicht wieder vergessen hat es den metallschrott mitzunehmen ja irgendwann ist ja immer das war erst mal diesen blöden kompass damit wir wieder wissen wo nord süden west so bretter auch ja nur eins das kann ich doch mal eben in die hand nehmen oder was hat nicht sogar hier rein nee 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 ja dann ist in die hand so das war fallen das brauche ich und hier metallschrott und handwerk in der herstellung danke so hat er doch mal über gelassen auch ja doch sehr schön dann haben wir wenigstens was davon jetzt kann auch erstmal hier wieder nach hier oben dann auch gar nicht im moment kann auch da rein so kompass ich weiß gar nicht ob ich den immer auch alle mann haben muss weiß ich wirklich nicht nur so und jetzt habe ich gesagt wir müssen hier leicht nord ganz viel west so die richtung ja passt doch die straße einfach mal lang gefahren so ja ja genau richtig ich war berührt eigentlich das muss aufhören das muss aufhören diese ramereien da hinten will ich ja hin ne hallo hallo spiel hui der hat sie aber jetzt weg haben da möchte ich ja hin ne ja da müssen wir ja schon wo wir hin müssen ähm hier wenn wir doch hier vorne gleich auch parken ne 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 das ist ja noch ein stück weiter weg noch mal ein bisschen lügen gehen jetzt hier ne ne so essen haben wir jetzt nur 58 prozent alter das ist auch unverschämt ey da kratzt da weiter am gebäude rum ja ja so hier wollen wir rein ne so wo hat er gebrüht und wie viel hat wer noch 49 ist ok warte die axt kannst du auch hier lassen die brauchen was so nicht ne so gucken wir uns das städtgen hier mal an ja hier wollen wir nämlich auch noch nicht kommt diese blöde drohne schon wieder egal mitnehmen ne weil umsonst ist und so ja 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 so gucken wir mal was hier so zu finden gibt ne oh ja immer gut immer gut der länder war ganz schön hart nach hier wenn man da eine bienenmütze ja gut nicht weh das hat man schon kommt schlösser soll ich sammeln aber mir gesagt das bringt was wo ist der rucksack besser warte mal der wiegt weniger hat aber genauso viel platz oder der hier ist aber frisch repariert aber vom platz her ist es tatsächlich nicht so weit weg vom auto und dann nimmt den eben mit und packten ins auto wer weiß ersatz ist ersatz so schnell hier das brüllen scheint nicht uns gewollten zu haben so hin da danke ach wieso liegt der denn jetzt auf der 2 weiß ich auch noch nicht ach eigentlich wollte ich euch auch rausschneiden aber für das kleine stück hätte sich das jetzt auch nicht gelohnt kaputt hier ein auge hallo spiel nee fatal error super ja klasse oh man so alles klar fatal error wir haben aber eigentlich nichts verloren zum glück und dann musst du uns halt hier jetzt neu einloggen aber das zeug von dem zombie nicht noch auch was das hier ballista cool leuchtfaktor brauchen nicht ja wie gesagt fatal error sind wir kurz raus geflogen ist jetzt aber wohl nicht so wild gewesen äh ne so das ist schon mal gut dass das nicht so wild war kleine appartements hier du so aber viel ist ja auch nicht ne weiß nicht warum er da jetzt den error hatte keine ahnung so das war es schon weiß ja nichts hier so dann wollte ich mal gucken was hier oben dann noch so ist was hier dann besser ist hier ist auf jeden Fall mal besuchter ach man immer musst du mich einmal erwischen oder was mal habe ich mal wieder mal auf den sack gekriegt ne das wird aber eine c1er sein das auge ist glaube ich auch weg gewesen ne ja das wollte ich mir auch gerade nehmen und dabei sind abgestürzt naja machste nix beim augenklau wir haben wahrscheinlich auch noch schlafzimmer ja jacke einfach mal mitnehmen jetzt muss er schon wieder pinkeln oder was ich war doch gerade erst da haben wir vielleicht muss er kacken aber ihr habt da erst 50 prozent auch guck mal high tops nehmen auch mit also ich bestimmt auch ganz gut verkaufen den habe ich nicht gesehen aber das war es dann hier oder badezimmer braucht er hier oben nicht doch dann gucken wir uns hier mal weiter um was hier noch so gibt hier bin ich auch immer rein ja das ist ja das ist ein bisschen um essen bestellt hier da möchte ich vielleicht auch noch mal rein ja ich bin halt neugierig hier noch mehr daten mitnehmen hier möchte ich auf jeden fall rein noch mal daten sehr gut die kannst du jetzt eigentlich auch mal essen da ist auch immer nur schrott drin ich meine wenn du mal irgendwann elektrometallschrott brauchst dann weißt du du gucken musst hier möchte ich auch noch mal schnell reingucken ok aber reingucken lohnt sich trotzdem immer wieder mal geld ist wichtig habe gemerkt gutes essen kostet schon 400 points hier das sind die bibliothek stadt alle ich glaube ich glaube ich glaube wohl ja schätze schule ist das denn reiki nie kann man vielleicht verkaufen ach so wenn wir den nächsten nutrock haben den nehme ich auf jeden fall mit da habe ich schon wieder unbewusst mit rein hier oh man kein zombie aber auch kein auch kein hier ist noch ein streckchen der natürlich oh ja was ja auf jeden fall scheiß egal wie hässlich dies sind haben wir ja oh ja hier ist doch wohl schlösser aber auch erst ab jetzt so wunderbar macht nicht allein die büroklammern war schon mal eine gute ausbeute hier hier hat man schon reingeguckt noch ein unterbruch zu sein geilen stiefel netten ja eigentlich gut geht es auch nicht jede dattel palme nach da hinten will ich noch mal gucken am steg hier ja wenn wir auf jeden fall mal vorbeigucken und dann gehen wir mal weiter da in die stadt rein gucken wir mal eben hier was gibt es hier schönes ja fehler ist klar so hier wird doch bestimmt gleich ein zombie sein das ist wichtig wir haben die jacke zu schwer oder was wird ist das a klammer ja ja ist schwer ich was ist das party brille ja gut ja gewicht schon 23 2,3 kilo die hat wohl schon ordentlich gewicht kein zombie da ist ja gar nicht ja wein passt hier nicht rein da muss ich mal kurz gucken hier geld wird ja wohl hier rüber passen ok die taktische jacke ist cool aber die motorradjacke ist zu schwer dass wir eben wieder zurückgehen er kommt dann laden wir jetzt alles ins auto und dann hier morgen weiter ja 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 scheiße er komme ich gehe jetzt erst ins auto ja das macht so keinen sinn hier leider nicht leider nein ich war erst ganz kurz hier und renne schon zum zweiten mal zurück zum auto verrückt so kann sie erst mal ein bisschen runter bis auf 50 weiter rennen am auto ist eine pause ja ja nicht einsteigen nein steigt wieder aus so also die auf jeden fall hier rein die schule auch die schlösser kannst du schon weg schmeißen den schnaps das ist das ist das ist das ist das hat geld habe ich nicht schon geld hier ja hier zeigt das decken so dass die maske auf jeden fall die schicke geile brille hier in niedrig jetzt habe ich aber auch gar nicht auf geachtet auch schon irgendwo ein gut runter kam aber sieht nicht so aus heute nicht so aus so kommt dann rennt das stück noch mal wieder zurück sowas wenigstens noch den luther da haben liegen lassen und dann machen wir schluss haben aber den laden noch eben zu ende da hinten und danach ist erst mal für heute feierabend und wir gehen morgen noch mal jeden rest durch die stadt aber nehmen auch nicht jedes gebäude mit hier sondern nur so coole sachen wie garagen und so oder gebäude die ich noch nicht kenne wo kommst du denn jetzt her du warst aber gerade noch nicht da hast mich gehört hast geguckt mich nicht gesehen und bist nochmals zurückgelaufen oder irgendwie sowas muss es ja gewesen sein wein kann man doch bestimmt auch gut verkaufen da lacht doch was im regal atemschutz was gehen wir mit den scheiß hier haben wir ein wein hier oben die brause war hier sonst noch hier war da mal was hier war noch ein gutes bier der funktionierte nicht er nicht und da hat man extrem ok noch mal ein bisschen müll hier durchwühlen feuerwerke die sind doch doof hier ist sprit wenn man mal braucht zur not kann man eben mal mit dem kanister holen hier gut zu wissen hier gibt es aber nichts so so komm hier ist noch mal kleiner staub wer weiß ja auf jeden fall ist die sichtweiten einstellung sogar für mich hier besser jetzt und schon wieder getroffen man 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 ach man wenn du die falsche taste immer erwischt hat er eine starke verletzung jetzt ne ne c1er hört gleich wieder auf bisschen nasenbluten da ist doch noch was ein schöner whisky jack daniels schöner jackie äh johnny johnny schon ne quatsch das ein jackie johnny ist was anderes also ist auch whisky aber nicht so blubberten hier so ich kann schon wieder nicht aufhören hier ne hier kriegst du auch echt kein ende ne ganz schwierig hier ist noch mal eine garage hier ist auch noch mal so eine werkstatt wo man reinlinsen kann sind nicht viel zombies irgendwo unterwegs hier die maschine trage ich jetzt nicht mal ebenso ne ach ja wir machen jetzt sofort hier schluss guck hier nochmal rein wann haben wir da schon wieder eine bikerjacke auch schon wieder so schwer ne achten wir hier besser in den rucksack rein ne ne schaufeln ne haben wir aber die lassen wir hier liegen wir haben eine mehr brauche nicht aber die bikerjacken lassen sich sicher gut vertreten ja das bestimmt sogar viel wichtiger werden reparatur kids gewesen da nix drin wow da immer dasselbe hier ne da auch ich nix von hier ist schon wieder die schule da waren wir jetzt schon drin ne einzige was ich immer mitnehme ist natürlich äh dringens ähm garagen ne scheiße ich wollte grad fragen wo ich ich mahne direkt drei stück auf die fresse ey aber einmal nicht aufpassen ne alles c1 ok so einmal nicht aufpassen ne ja nennen wir mal hier um die ecke hier ist ein brunnen glaube ich ne prüfer steht schon dran also eigentlich könnten sie auch sofort schreiben ey ist leer so hier ist nochmal so ein riesen gebäude ne hier oben gehe ich nochmal rein also ne quatsch ist das so ein haus wie wir es vorhin auch hatten ne ist irgendwie nicht so viel tolles hier also irgendwie in diesen kleineren dörfern ist es cooler ne ja ja aber ich finde jetzt auch sofort ende ne ja so ich würde mich hier in der nähe auch erstmal niederlassen wollen weil hier in der nähe ist auch der händler dann ne ne und ja so unterstand bauen damit wir den riesen baumpunkt haben so na gut ne die kiste hatte ich nicht ne ja ok dann gucken wir mal wo wir uns hier niederlassen können morgen bauen uns da richtig schön was auf kisten fürs auto auch ja und dann gucken wir mal weiter spots ab hier alles klar dann hoffe ich doch dass euch die runde heute gefallen hat und wenn ja dann lasst mir einen daumen nach oben da wenn euch interessiert wie die reise auf diesem kanal weiter geht abonniert ihn euch lasst mir gerne auch eure kommentare da würde ich mich sehr drüber freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen Abend bis dahin ciao